Ja, hier ist er wieder, Ihr Freidenker Silvano Tujach, an einem ganz besonderen Ort heute, und zwar im Café am Stadtpark in Neuses, das von der lieben Frau Katrin Miesel betrieben wird. Und da bin ich deshalb hierher gegangen. Man muss ja ein paar Genüsse im Leben noch haben, weil es hier schon seit Jahr und Jahr die besten Krapfen gibt. Da mache ich jetzt einfach Werbung dafür. Es sind wirklich da, schauen Sie den wunderbaren Krapfen an. Wandel-Sahne, hier der klassische Marmelade-Krapfen mit Himbeer-Johannisbeer-Marmelade. Und ja, für mich war natürlich Fasching und Krapfen immer unzertrennbar. Da fällt mir ein, wenn man dann irgendwie einen Klamauk machen wollte, dann hat man immer Senfkrapfen jemandem gegeben. Also, ihr habt die Katrin schon gefragt. Senfkrapfen gibt es keine, aber Krapfen mit ganz verschiedenen tollen Füllungen, Nougat-Creme und, ach, ich habe es noch gar nicht alles merken können. Also wirklich hervorragende Krapfen. Wie gesagt, da mache ich ganz gerne Werbung, habe auch ganz hier in der Nähe mal gewohnt. Und deshalb bin ich hier mit Frau Katrin auch befreundet. Wobei wir heute eigentlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema haben. Das sagen wir mal von den Krapfen. Also da finde ich jetzt von den Krapfen zu den Krapfen eigentlich gar keine richtige Brücke. Es geht darum, die letzten zwei Monate waren ja in vielen Medien Artikel über die Spaltung der deutschen Gesellschaft. Und die Politiker, Genosse Scholz ganz voran, haben sich gewehrt dagegen. Es gäbe keine Spaltung, es gäbe keine Spaltung. Und auch der Steinmeier hat gesagt, es gibt keine Spaltung. Es ist natürlich Unsinn, diese Spaltung gibt es, die übrigens, das wäre ein eigenes Thema, nicht ursprünglich erst durch Corona entstanden ist. Diese Spaltung ist hier da. Und was die Politiker natürlich am meisten irritiert, verstört, ist, dass die protestierenden, nennen wir es mal, rebellierenden Gruppen dieses Mal aus dem Kleinbürgertum kommen. Wenn ich jetzt öfters den Begriff Kleinbürgertum verwende, ich meine diesen Begriff alles andere als abwertend, sondern rein deskriptiv soziologisch. Jetzt gehen wir eine ganz, ganz lange Zeit zurück. Die ersten Proteste in der Bundesrepublik, die kamen so 1968, 1968, Studentenrevolution, man hat demonstriert gegen die Notstandsgesetze, gegen die Volkszählung, gegen die Bild-Zeitung. Und aus dieser Rebellion damals, wo der Staat natürlich auch Angst hatte, ist ja dann auch die RAF entstanden. Und die, würde ich schon sagen, Gräueltaten der RAF waren dann der, nennen wir es ruhig, der traurige Höhepunkt jetzt dieser Rebellion, aus denen ja langfristig auch dann die Grünen hervorgegangen sind. Wobei das jetzt nicht heißt, dass das alles jetzt Rebellen waren, aber Joschka Fischer hat ja auch Steine geworfen. Warum ich das hier sage, das war die erste Rebellion, die es nach 1945 gegeben hat, die eher vom akademischen Zirkel Deutschlands jetzt ausgegangen ist. Also Studenten, Akademiker, diese Bewegung ist dann institutionalisiert worden, also durch die Grünen jetzt zum Beispiel. Man hat ja auch gesprochen vom langen Marsch von links unten bis nach rechts oben. Und dann hat es eigentlich so in den 80er Jahren, gab es noch ein bisschen Wackersdorf, Gorleben und so weiter, aber sonst eigentlich keinerlei größere, nehmen wir das Wort jetzt mal vorsichtig, Rebellion gegen den Staat gegeben. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesen 68er-Rebellionserscheinungen. Hier standen die Kleinbürger an der Straße und haben geschrien, geht's doch nüber, geht's doch nüber und haben mit ihren Spazierstöcken gedroht und manche haben sogar geschrien, nehmt euch ins Gas, nehmt euch ins Gas. Also das heißt, hier war eine Frontstellung, diese akademisch gestimmten Rebellierenden gegen die Kleinbürger. Und der Staat hat jetzt viel, viel, viel mehr Angst, weil wenn Sie die Spaziergänger, Querdenker im Fernsehen anschauen, hier haben Sie zu 90% ganz, ganz, ganz klassisches Kleinbürgertum. Also das kann jeder erkennen, wenn die Leute dann ihre Kommentare abgeben. Und nochmal, ich meine das hier ganz und gar nicht abwertend, also die Leute, die sich vor 20, 30 Jahren vor dem Staat noch hätten verbrennen lassen, die nie in ihrem Leben draufgekommen wären, gegen den Staat sich zu erheben, zu rebellieren, rebellieren jetzt gegen den Staat. Ich weiß noch, vor einer Woche oder zwei Wochen war einer drin, der gegen den, also richtiger Kleinbürger, richtiger Kleinbürger vom Aussehen und von allem, wie man sich ihn vorstellt, hat gewettert gegen den Steinmeier, der verantwortlich sei für die Spaltung der Gesellschaft, der einfach die Gesellschaft aufteilt in die Guten und die Bösen. Und das ist, wie gesagt, was dem Staat unglaubliche Angst bereitet, dass also hier die Widerstände, Rebellion nicht, was man irgendwie gewohnt ist, aus dem akademischen Bereich kommt, sondern aus dem Kleinbürgertum. Interessant ist auch noch in diesem Zusammenhang, und zwar, Sie wissen ja, für mich die furchtbarste Zeitung seit 1945 ist die Süddeutsche Zeitung, habe ich also nie ein Hehl draus gemacht, also was Furchtbares kann ich mir weltweit gar nicht vorstellen. Und auch das hat irgendwo mit dieser Spaltung zu tun, die Süddeutsche hat zehn Jahre lang jeden Tag geschrieben, wir müssen in Deutschland die Minderheiten stützen, die Minderheiten müssen mehr Rechte bekommen, die Minderheiten, die Transsexuellen, die Lesbien, die Homosexuellen, die Schwarzen, die Sinti, die Roma, die sind alles Opfer und die Minderheit muss Recht bekommen. Komischerweise, vor zwei Wochen ein Artikel drin, wo es darum geht, in der Süddeutschen, dass endlich die Mehrheit aufstehen muss gegen die Minderheit. Die Minderheit waren natürlich die Spaziergänger, das war die Minderheit. Also da war die Minderheit praktisch plötzlich nicht willkommen. Ja, also da hat man dann plötzlich bei der Süddeutschen den Feind ausgemacht, aha, es sind diese Minderheiten, also es gibt anscheinend gute Minderheiten und es gibt schlechte Minderheiten. Also für mich eine ganz komische Sache. Und weil ich vorhin gesagt habe, dass die Spaltung Gesellschaft vor Corona schon anging, das kam genau mit solchen Phänomenen, ja, Political Correctness als Schlagwort mal bezeichnet, hier ging eigentlich die Spaltung der Gesellschaft in die Guten und die Bösen schon los. Ja, und jetzt würde ich dich meinen Krapfen und meinem Kaffee widmen. Und ja, zur Zeit, wenn ich Gläubiger Christ wäre, würde ich jeden Tag beten am Abend, dass es in der Ukraine zu keinem Krieg kommt. Aber ich weiß nicht, ja, so eine Art Gebet mache ich immer noch. Ich schicke irgendwas zum Himmel hinauf. Ob es gehört wird, weiß ich nicht, aber das wäre für mich die noch größere Katastrophe als Corona. Danke fürs Zuhören.